Die Wolffschlucht ist eine wunderschöne Einkaufsstraße in der Innenstadt. Es lohnt sich da mal vorbeizuschauen, weil nicht nur das Schöner als gestern da ist, sondern auch noch ganz viele andere schöne inhabergeführte Einzelhändler und Dienstleister. Im Schöner als gestern findest du Marken, die dein Selbstbewusstsein unterstreichen sollen und die es auch nicht überall gibt. Ich finde, dass jeder von uns jeden Tag schöner als gestern sein kann und das natürlich nicht nur mit den schönen Sachen, die du hier in meinem Laden kaufen kannst, sondern auch mit deiner inneren Einstellung. Und dazu möchte ich so ein bisschen anregen, dass man sich auf das Positive konzentriert und nicht immer nur auf das guckt, was vielleicht nicht so gut geklappt hat.